Ja! Hurra! Der Jubel ist groß, Freunde! Wie sieht's bei euch aus? Ist der Jubel auch so groß? Wir freuen uns über jeden Dienstag, den wir hier im Kindergarten feiern können. Manchmal ist wirklich Dienstag, manchmal ist auch nicht Dienstag, aber hier ist immer Dienstag. Für Kreis ist immer Dienstag, denn Dienstag ist ein toller Tag, weil er nicht Montag ist. Freunde, wie sieht's bei euch aus? Wollen wir eine Runde spielen? Ja, so sieht's bei euch aus. Okay, ich hab so ein paar Sachen outgefigured in letzter Zeit, weil ich nämlich so ein schlauer Dude bin. Und ich hab gerade schon mal kurz angefangen aufzunehmen und hab euch das erklärt. Aber nach ungefähr anderthalb Minuten ist irgendwie aus irgendeinem Grund angezeigt worden, dass meine Festplatte vollläuft. Deswegen muss ich hier nochmal gerade neu anfangen. Aber ich hab mich nur umgezogen und habe festgestellt, dass es gar nicht so schwer ist zu verstehen, was man mitnehmen muss. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wir wollen, wenn du einem Nugget ausweichen kannst. Also hier, if you can dodge a nugget. Ja, und dann steht ja, da unten steht ja, startet die Mission. Und diese Pfeile, ich glaube, dass diese Pfeile bedeuten, dass ich die Teile brauche. Ja, wenn ich jetzt Canes Not Able machen will, brauche ich wahrscheinlich den A+, wisst ihr, was ich meine? Und den, äh, die Supermarke. Und hier brauche ich jetzt den Toolbelt und die Supermarke. Das heißt, wir nehmen Toolbelt und Supermarke mit. Ja, es sind die Pfeile, Leute. Es sind die Pfeile, auf die man achten muss. Ja, und wir starten den Kindergartentag. Ja. Ja, wir starten die Mission, indem wir mit Nugget reden. Stand zumindest unten. Also, dann gehen wir erstmal zu Nugget. Nugget ist gefangen. Okay, wir wissen, was passiert ist, ja. Und, äh, wir wissen auch, was wir tun müssen. Nämlich dem Hausmeister sagen, Hausmeister, hol Nugget da bitte raus. So, ähm. So, da. Okay, wenn ich mein Toolbelt hätte, hab ich. Ich hab da ein Toolbelt. Auch wenn du dafür eigentlich sterben musstest. Dir wurde der Kopf abgesägt. Ist dir das eigentlich bewusst? Hahaha. Okay, Bob, komm dich retten, verrücktes Kind. Okay, ich hol dich da raus. Bleib da drin. Äh, ne. Erinnere dich nur daran, wie man atmet. Okay, ich kann atmen. Nugget, äh, äh, weiß nicht, wie lange er noch hier unten bleiben kann. Hol Nugget hier raus. Okay, das dauert eine Sekunde. Warte kurz. Ja, so, da haben wir es doch. Da ist es doch, kleiner verrückter Freund. Hahaha. Okay, also jetzt bitte nicht mehr im Keller rumkriechen. Okay. Nugget braucht eine neue Nugget-Höhle. Ja, okay. Aber bleib einfach vorsichtig dabei, okay? Hier, nimm das, großer Hausmeister, Mann. Es ist der Nugget der Freundschaft. Ah, danke schön. Wir sehen uns dann, kleiner Freund. Tja, der Nugget der Freundschaft, Leute. Äh. Was war das jetzt? Ladebildschirm? Hatte einmal kurz gehangen hier. Okay, ähm. Okay, äh. Der kleiner Freund wird sich bestimmt bei dir bedanken. Okay, wisst ihr? Und ich hab nämlich hier, ich hab ja meine Liste, ne? Ich hab ja meine Liste hier. Und, äh, wisst ihr, was an meiner Liste das Interessante ist? Dass da steht, Nugget zählt als behindert. Und das heißt, und wir wissen, und Nugget will ne Blume. Das weiß ich auch. Okay, ähm. Das hatten wir ja schon mal. Okay, äh. Can I get you a flower? Okay. Ich besorg dir ne Blume. Find Nugget a flower. Okay, okay. Weil, wir können ja mit dem Hausmeister reden. Ja, äh, und vielleicht kommen wir mit Nugget, weil Monty, mit Monty müssen wir drei Dollar bezahlen. Also, wir kommen auf jeden Fall zur Blume. Oh, hey, Buddy. Ich bin froh, dass du nicht wieder irgendwo feststeckst. Ja, Nuggets weiß die Freiheit wirklich zu schätzen. Und Nuggets. Würde der große Hausmeistermann uns bitte, äh, noch einmal helfen? Nuggets brauchen nämlich eine Blume. Oh, sicher. Aber was ist mit deinem Freund hier? Der ist doch gar nicht gehandicapt. Naja, aber er ist Nuggets Erweiterung, also. Haha. Okay, weißt du was? Äh, ich werde jetzt aufhören, dieses, äh, Loch zu graben. Geh weiter und, äh, bleib nur nicht irgendwo stecken, okay? Äh, nein. Nugget will den Vorfall von heute Morgen auf gar keinen Fall wiederholen. Okay. Da haben wir die Blume. Also, Nugget, hier ist deine Blume. Oh, diese Blume ist wirklich hübsch. Ja, äh, wie kann Nugget die übersehen haben? Tja, Nugget weiß ich auch nicht. Okay, Nugget akzeptiert dein Angebot. Nugget gibt dir die Chance auf Freundschaft. Normalerweise würde Nugget, dafür, äh, müsstest du die fünf Nuggets der Freundschaft finden, aber die habe ich hier noch nicht versteckt. Ja, was ist dann die Alternative? Also, mh, ich bräuchte ein bisschen Hilfe beim Bau meiner neuen Nugget-Höhle, ja? Das, als ich das letzte Mal probiert habe. Ja, wir erinnern uns, ich glaube, da war da nicht irgendwie ein toter, schimmelnder Hund drin und ein Haufen Nuggets und haben wir da nicht noch irgendwas beschworen in der Höhle oder so? Ich weiß es gar nicht. Oder war da nicht die letzte Monstermon-Karte? Irgendwas war da auf jeden Fall. Naja, okay. Also, Folge Nugget zur letzten fehlgeschlagenen, ey, ich klicke hier am Bildschirmrand aus Versehen manchmal raus. So, okay, Nugget, was nun? Okay, äh, das erste, was Nugget für seinen Plan braucht, ist ein Feuerzeug. Und das Feuerzeug muss irgendwie in die Schule kommen. Okay, da brauchen wir sie hier. Carla kann Sachen in die Schule schmuggeln. Okay, okay. Du sagst wirklich sehr oft Nugget. Okay, also. Hat Nuggets neuer Freund, das ist potenzieller neuer Freund, auch das Grün des Grases und das Blau des Himmels erkannt? Äh, okay, ja. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Okay. Äh, Monty. Okay, wir brauchen ein Feuerzeug und das wirst du haben. Bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass du ein Feuerzeug hast. Äh, alles klar. Monty haut ab. Okay, und jetzt muss ich irgendwie das Feuerzeug reingeschmuggelt kriegen, weil es hundertprozentig auch Schmuggelware. Und sie kann Dinge an der lustigen Penny vorbeischmuggeln, der wir eigentlich auch schon mal den Kopf entfernt haben. Okay, das Feuerzeug muss reingeschmuggelt werden. Okay, es wird im blauen Spind oben sein. Okay, 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 alles klar. Das heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen, dafür brauche ich, aber ich hab, das ist doch kein Haulpass hier, oder? Gilt das als Haulpass? Das ist doch nur für, für den, für die Intelligenten, der, der Mitgliedsklub-Dings, oder nicht? Also Kinder, die Lehrerinnen, Kopfschmerzen, haltet alle die Schnauze, geht spielen. Also das ist wie in jedem echten Kindergarten in diesem Land, ja, genau so läuft das, ja, sobald die erstmal abgegeben sind. So, oh, Nuckets potenzieller Freund ist zurückgekehrt. Ist das Feuerzeug in der Schule? Ja. Okay, alles klar. Ähm, jetzt musst du mir aber noch eine Schaufel finden. Okay, wo finde ich denn eine Schaukel? Äh, Schaukel? Habe ich Schaukel gesagt? Schaufel? Äh, der Hausmeister vergräbt viele Dinge. Vielleicht weiß er, wo man eine herbekommt. Okay. Ich werde die Lehrerin ablenken und, äh, du solltest... Warte, warte, warte. Und dann sollten wir den Hausmeister im Badezimmer aufsuchen zusammen. Äh... Okay. Hallo, Frau Lehrerin. Ach, was willst du, Nugget? Äh... Es ist nicht... Also, es geht nicht darum, was Nugget will. Es geht darum, was die Lehrerin will. Okay. Spuck's aus, verrückter Junge. Was, was möchtest du? Worauf möchtest du hinaus? Also, äh... Nugget weiß, wo die Direktorin die Pillen des Friedens aufbewahrt. Du... Du hast Pillen? Ja. Nugget hat sie verloren, als er bei dem Versuch, äh, seine... Seine... Als seine... Seine neue, fehlgeschlagene Nugget-Höhle über ihm zusammengebrochen ist. Ähm, die Tabletten sind nahe der Handicap-Rampe. Warte, Handicap-Rampe? Okay, verstanden. Oh, komm zu Mama, ihr süßen kleinen Träumle-Bringer. Oh Gott, okay. Okay, Nuggets neuer Freund wird uns den Weg leiten. Nugget wird folgen. Hast du wirklich die Pillen? Nein. Nugget hat gelogen. Nugget hat keine mehr. Okay. Dann los, Nugget. Dann los. Es ist Applegate, bitte... Mach diese Tür auf, sofort. Da sind Pillen da draußen. Versteh das nicht falsch, aber... Äh, was? Okay, sie sind Lehrerin. Also, denke ich, werde ich tun, was sie sagen. Gut. Und jetzt komm mit hier raus und hilf mir. Aber ich muss doch auf die Hallen aufpassen. Jetzt! Okay, okay, ich komm ja schon. Okay, die Alte brauche ihre Pillen. Wirklich, wirklich sehr, sehr dringend, oder? Okay. Ähm, wohin wollten wir? Zum Janitor, ne? Und wir müssen noch nach oben gehen, weil wir brauchen ja noch das Feuerzeug. Äh, Mist. Blödes Schloss. Ich komm nicht mehr in den Waffenschrank. Sie meinen wohl den Hausmeisterschrank. Ja, es ist beides dasselbe. Geht nach oben und sagt Popo, er soll hier runterkommen und es aufmachen. Äh, wenn Nugget das tut, wäre der Hausmeister bereit, Nugget auch eine Schaufel dafür zu geben. Klar, das ist doch nicht mein dummer Schrank, ey. Du kannst dir nehmen, was du willst, ey. Besorg einfach nur den Schlüssel. Okay. Ähm, ich werde Bob anfunken, damit er weiß, dass ihr kommt, äh. Und jetzt nicht rumtrödeln, besorg mir den Schlüssel. Okay. Na, dann gehen wir mal nach oben, oder? Ah. Äh, was, Alter? Hier kann unten nicht mal irgendwie Kinder, ne? Der Vollidiot, der kann nicht mal irgendwie Kinder aufhalten, die hier auf dem Flur rumrennen, ey. Okay, wir bringen euch zurück zur Klasse. Wir müssen mit Bob reden. Sorry, Mann, Regeln sind Regeln. Äh, außer natürlich springt für mich da raus. Okay, äh. Wow, diese Penny hat mir irgendwie, ähm. Was? Warte mal. Achso, Penny hat mein Feuerzeug weggenommen. Ah. Ah. Okay. Da ist eins im, im Schrank. Ja, wirklich? Okay. Dann macht, was immer ihr wollt. Okay, war das jetzt richtig? Oder brauche ich das Feuerzeug selber noch? Oder wusste Nugget das schon vorher, dass er das Feuerzeug braucht? Hm. Okay. Bob ist im Mädchenklo, oder? Ja. Die machen eigentlich nichts als Toiletten sauber den ganzen Tag. Oh, hallo, ihr müsst die Kinder sein, die den Schlüssel bringen sollen. Ja. Okay. Ähm. Beeilt euch. Okay, ich hab gehört, er kann ein bisschen ungeduldig werden. Ja, okay, okay. Naja, dann holen wir uns jetzt erstmal eine coole Waffe hier aus dem Hausmeister-Waffenschrank. So, wo ist mein Schlüssel? Hier. Gute Arbeit. Okay. Was möchtet ihr? Eine Schaufel. Okay. Da hast du eine Schaufel. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss mich selbst für den Krieg ausrüsten. Okay, viel Spaß dabei. Oh nein, die Bell. Die Glocke. Gib Nugget die Schaufel. Nugget und sein Freund müssen zurück zum Classroom. Okay. Bevor wir vermisst werden. Alles klar. Hm, okay. Okay, sie ist bis jetzt noch nicht zurück. Die Lehrerin will wirklich seine Pillen haben. Äh, okay. Wenn die Lehrerin nicht zurück ist, was machen wir jetzt? Ich denke, wir gehen einfach zum Essen. Oder? Das ist das, was wir normalerweise tun. Okay, Nugget stimmt zu. Nugget hat noch Business mit der alten Lunchlady zu regeln. Puh. Hallo. Verrückte alte Lady. Hallo, verrücktes Kind. Nugget möchte 100 Nuggets, bitte. Okay, heute ist nicht Nugget-Tag. Jeder Tag ist Nugget-Tag. Nein, Kind. Heute ist Burger-Tag. Willst du einen Burger? Aber, aber, nein. Mein Name ist kein Burger. Mein Name ist nicht Burger. Mein Name ist Nugget. Nugget sieht eine ganze Box mit Nuggets in dem Regal hinter ihnen. Okay. Du kriegst einen Burger oder du verhungerst. Triff deine eigene Wahl. Nugget will. Nugget hat eine Idee. Nugget. Okay. Nugget nimmt sich einen Burger. Okay. Nugget sendet seinen Dank zu. Okay. Okay, ich kann mich wieder bewegen. Okay. Ähm. Wir müssen, müssen wir wieder raus. Ach so. Ach so. Okay. Ich verstehe. Vielleicht können wir. Moment. Ich kaufe mir auch einen Burger. Ich kaufe mir auch einen Burger. Warte mal. Monty. Ach so. Monty ist beschäftigt. Was ist mit ihr hier? Äh. Sie macht neue Freunde. Okay. Go away. Vagabund. Okay. Wir machen hier Business. Okay. Ich darf mit niemandem reden. Außer es geht um Business. Äh. Nugget. Nugget, wie kann ich dir helfen? Nugget knows it on. Two nasty Burgers left. Once the Burgers are gone, the lunch lady will have to get more. The Nuggets friend can steal the box of Nugget. Okay. Also. Ich muss beide Burger kaufen. Nugget is not picky. Äh. Oh nein. Wie kann ich denn jetzt den. Hier geht's. Es geht doch um Business. Es geht doch um Business. Felix. Ah. Ah. Da. Du solltest einen Burger kaufen. Ich bin nicht interessiert, Burger zu kaufen. Ich bereite mich gerade selbst auf etwas vor. Okay. Warum willst du, dass ich einen Burger kaufe? Weil ich ein Freund deiner Company bin. Ah. Oh. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du ein Freund meiner Familie bist. Ach so. Also soll ich also so einen Burger kaufen? Sehr gut. Okay. Okay. Du hast den Mann gehört, Teddy. Kauf dir einen Burger. Okay. Felix. Äh. Hello, Miss Margaret. Hallo. Du. Ne. Schüchternes Kind. Äh. Reiches Kind. So. Das macht einen Dollar. Jawohl. Jetzt sind die Burger alle. Good. 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 One Burger. Just like you asked. Wissen Sie, man muss eigentlich immer nur mit den Leuten reden. Dann kommt man auch irgendwann auf den, auf den Trichter. Okay. Es gibt nichts zu essen. Ich muss mehr Burger holen. Okay. Okay. Sie ist weg. Kann ich jetzt die Burger schon klauen? Äh. Die Burger, die Nuggets? Box of Nuggets. Take the Nuggets. Oh. Alter, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, Alter. Hä. Äh. Nugget. Did Nugget Friend get Nuggets? The Nuggets for the new Nugget Cave? Ja. Es sind die Nuggets für die neue Nugget Höhle, Alter. Excellent. Nugget ist, äh, echt berührt. Die neue Höhle kann... Was stimmt mit dir nicht? Nuggets ist... Nugget wird kalt. Nugget... Nugget... Nuggets... Nuggets können nicht kalt sein. Nuggets sollen... Immer noch ein bisschen warm sein. Aber wir können noch... Nugget... 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 Nugget, hör auf! Äh... Äh... Nugget... Cold Nuggets. Cold Nuggets. Cold Nuggets. Little Hard Nugget. Kalte Nuggets. Kalte Nuggets. Nugget! Was? Komm, wir suchen... Eine Mikrowelle. Eine Mikrowelle, ja. Ich hab... Darüber hab ich gar nicht nachgedacht. Okay, nimm die kalten Nuggets. Bring sie zurück, wenn sie warm sind. Nugget ist hier. Okay, wie soll ich das machen? Okay. Okay, was machst du in der Zeit? Ja, deinen Kopf gegen die Wand schlagen. Äh... Ach, guck mal, er hat ja gerade die Teachers Lounge verlassen, Alter. Das heißt, wir haben hier alles... Wir haben hier Zeit für uns, ne? Mikrowelle! Das muss ich mir mal eben aufschreiben. Wann hat er das jetzt? Nach dem Burger Kauf? Ne, nach dem Nugget Diebstahl hat er die Lounge verlassen. Okay. Okay, das ist sehr wichtig. Das kann man vielleicht später noch brauchen. Ihr wisst, es wird noch komplexer. Und dann ist es gut, wenn wir uns alles aufgeschrieben haben, was passiert. Nugget blutet! Oh mein Gott! Oh, Nugget! 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 Cold Nuggets! Cold Nuggets! Nuggets! Ich hab sie gemicrowaved! Diese Nuggets! Die Nuggets sind warm! Oh! Nugget kann seinen Frieden nun finden. Mit diesen warmen Nuggets ist Nugget ready. Die neue Nugget-Hähle zu bauen. Okay. Also. Wir sehen uns draußen beim Spielen. Nugget will dir die Wunder der großen neuen Nugget-Höhle zeigen. Okay. Die Glocke hat geläutet. Raus aus meiner Cafeteria. Alle, die jetzt nachsitzen müssen, gehen zum Nachsitzen. Die anderen gehen zum Spielen. Nugget! Okay, okay, okay. Jetzt gibt's Ärger, Nugget. Äh, du kleines Wiesel. Ich hab den ganzen Tag für diese Pillen gesucht. Ich kann sie nicht finden. Da waren niemals welche, oder? Waren da welche? Nugget, bitte. Nugget muss die neue Nugget-Höhle buddeln. Nein. Nun, ich bin, äh. Ich glühe. Und ich bin durstig. Und das ist alles dein Fehler. Okay, und du wirst dafür bezahlen. So wie ich. Du wirst leiden. So wie ich. Äh. 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 Okay. Okay, sie hat Durst. Das heißt, wir holen einfach nochmal trinken. Kommen wir denn jetzt hier rein? Ja. Ich weiß nämlich, wo trinken ist. Dä, 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 dä. Cherry-Soda oder Blueberry-Soda? Ja. Na komm, wir nehmen Blueberry, oder? Blueberry-Yum-Yum. So, dann geben wir jetzt über die Frau erstmal was zu trinken. Sie hat schließlich Durst. Hier, möchtest du was zu trinken? Ah, dankeschön. Ich kann ihn so, ne? Ich denke, ich kann dieses Monster gehen lassen. Aber tu mir das nie wieder an. Ansonsten, äh. Hast du ein Problem? Okay, ja. Nugget hat verstanden. Uh, okay. Wir haben Nugget befreit. Ah. Ja, okay. Welcome. Ich werde doch, ich will doch dein Freund sein. Okay, Nugget gräbt seine neue Nugget-Höhle. Nugget. Äh. Okay, Moment. Wie war das? Im ersten Teil konnte man nur reinspringen, wenn man weich landet, ne? Da musste irgendwie erst was reingeschüttet werden. Also hier, schütte die Nuggets. Alter, es sind aber viele Nuggets. Was für eine Riesenbox. Okay, jetzt können wir... Okay, sollen wir reingehen? Okay. Behold Nugget's new Nugget cave. Alter, wir sind in der neuen Höhle. Die neue Nugget-Höhle. Wie schnell er die gegraben hat. There's much to see and much to... Nugget... Was? Da ist ein Bein. Nugget hat gehofft, dass hier nicht so ekliges Zeug drin ist. Äh, ja. Ich kann hier ein bisschen aufräumen. Oh, Nugget würde das echt freuen. Nuggets neue Freund ist echt ein Nugget-Freund. Okay, danke schon. Äh... Ja, das Bein ist eklig, oder was? Nugget möchte das neue Bein nicht in seiner Höhle haben. Okay. Danke, dass du dieses ekelige Bein entfernt hast. Oh, Nugget ist ganz aufgeregt. Äh... Okay, wenn die Glocke läutet, dann triff mich bitte im Gym. Wir müssen zusammen Dodgeball spielen. Okay. Hm, kann ich hier noch irgendwas finden? Statue von einem Riesen-Nugget. Alter. Skeleton. Aber okay. Hier kann ich mir Geld mitnehmen. Da war Geld. Hier sind Nuggets. Leave the Nuggets. Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn das? Oh Gott. Alter. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Äh... Okay. Wir entfernen, glaube ich... Oh nein. Okay, okay, okay. Wir wissen, was hier abgeht. Wir holen das Trinken. Wir kennen uns aus. Okay, da war irgendwie ein Nugget-Monster, was mich... Okay, ich gehe auf Nummer sicher. Blueberry weiß ich, dass sie funktioniert. Nicht, dass sie hinterher sagt, Cherry mag sie nicht und habe ich kein Geld mehr. Mann, das ist aber genau berechnet hier alles, ne? Okay, also. Rein damit. Nugget will. Nugget will. Ne, ich will mit Nugget reden. Okay. Nugget, mach die Nuggets rein und dann gehen wir in deine Höhle. Und dann hole ich das Bein und dann gehen wir Dodgeball spielen. Nugget will. Äh... Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum, Nugget. Alles gut. Take the leg. Äh... Alles klar. Ich würde sagen, ich nehme das Portemonnaie einfach nochmal mit. Das geht ja. Und dann würde ich sagen... Gehen wir zum Dodgeball. Zum Gym. Ah, guck mal. Aber hier kann man nochmal ändern. Das heißt, es wird vielleicht auch nochmal wichtig. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Okay. Äh, hier geht's weiter. Mein Leben ist ruiniert. Okay. Es kann noch nicht schlimmer werden. Okay. Versucht euer Bestes, mich nicht aufzuregen. Okay. Lauft ein bisschen rum oder macht Dodgeball. Ja, ja. Wir kriegen das hin. Versucht nur zu machen, dass der sich nicht mehr dreht. Nugget will Dodgeball spielen. Klar, mach das. Pfiff. Nugget versteht ihre sarkastischen Kommentare nicht. Okay. Das interessiert mich nicht. Hey, Kids. Jeder, der Nugget mit einem Ball trifft, bekommt einen goldenen Stern. Was? Äh... Okay. Nugget möchte gerne sehen, wie die anderen das versuchen. Okay. Nugget macht keine Gefangenen. Die Balls des Dodgons werden niederregnen wie Nuggets in der Nuggethöhle. Nugget will... Oh, oh. Was denn? Äh... Nuggets Team. Was? Okay. Nugget hopes you have something to block with. Ja, hab ich. Ich hab das Bein. Bam. Uff. Oh, mein. Ich kann's nicht fassen, dass ich schon raus bin. Okay. Nuggets Freund hat es sehr gut gemacht. Der Sieg steht kurz bevor. Okay. Was wird Nuggets Freund tun? Was... Was wie jetzt? Hä? Was denn? Move down ist blöd, dann steh ich ihm ja im Weg. So, da ist nichts. Okay, weiß ich nicht. Ich geh nach oben. Okay. Angriff für Team Nugget. Oh, Doppelkill. Oh, sorry Felix. Okay. Du bist direkt hinter mir, Alter. Du hättest ihn fangen müssen. Jetzt sind wir beide draußen. Okay. Okay, okay. Ich muss Dodgeball spielen, Alter. Arm yourself with a ball of dodging. Äh. Äh. Wie jetzt zurückgehen, oder was? Alles klar. Und jetzt wirf. Jetzt ist aber die Frage, werfe ich jetzt auf den Jungen mit dem Ball? Okay, ich werfe jetzt einfach mal auf ihn, oder? Ich werfe jetzt einfach mal auf ihn, oder? Auf Nugget. Do the thing. Äh. Äh. Move down. Ich stell mich hinter Nugget. Ja. Ah. Er hat ihn gefangen. Alter. Er hat's getan. Hahaha. Team Nugget hat gewonnen. Nugget siegt. Nugget siegt. Pff. Dodgeball ist voll scheiße. Ja, Alter. Wir haben gewonnen, ey. Nugget hat echt einen guten Freund gefunden. Okay. Nugget würde seinen Freund gerne... Was? Okay. Hat schön gemacht, euch zuzusehen, wie ihr euch der Bälle in die Fresse geworfen habt, ey. Okay. Wir sehen uns dann draußen. Alter, das war's? Das war die Nugget Mission? Okay, gut. Ich wurde von einem riesigen Nugget gefressen, ja? Kann man... Kann man so sehen, wie man will. Hahaha. Was? Okay, was hab ich bekommen? Was ist das? Monstermont-Doll. The pretty Lily said to a friend of Nugget, which Nuggets friend now is. Lily? Okay, Moment. Lily ist da? Ja, Lily hat Nugget die Doll gegeben. Die schöne Lily sagt, er macht Special... Geräusche. Das ist alles, was Nugget weiß. Okay, danke. Okay, und Nuggets Freunde sollten auch diese Monstermont-Karte haben, denn das ist das, was Nugget tut. Der Wüstenwurm. Okay. Wir sehen uns morgen, Buddy. Das war's, Alter. Monstermont-Plüschtier. Monstermont-Karte. Krass. Okay. Wir wurden von einem riesigen Nugget gefressen, aber ansonsten, war ja gar nicht so kompliziert eigentlich, ne? Freunde, ich würde sagen, das war's für diesen wunderschönen Dienstag in diesem wunderschönen Kindergarten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.